Hallö, Hallö, liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft, dem 250. Part. So, 250 Parts haben wir jetzt eigentlich schon. Schön, schön. Ja, ja, und wie geht's euch jetzt? Habt ihr alles geschafft, was ihr im Leben erreichen wollt bisher? Also ich schon, so grundsätzlich. Ich hab jetzt mal eine eigene Wohnung. Vor 50 Parts hatte ich noch nicht mal mein Examen. Ja, ja, Leute, so schnell geht's. In vor 50 Parts waren wir auch noch in Uldum. Ja, Uldum, ach ja. Früher besser eine Wohnung gehabt, als es ursprünglich dann eigentlich war. Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Tempel des Weißen Tigers, weil dort endet eine, nun ja, Reise eines Helden vorerst, den wir bereits gut kennen, hier durch dieses Head-On, mehr oder weniger. Nämlich Anduin Vryn, der König des Königs, Varian Vryn. Varian Vryn hat nämlich quasi, also Anduin Vryn, mit denen sind wir ja durch die Tongvong-Steppe, nee, wie hießen das, ähm, Grasereien-Wildnis durchgehobst. Haben ihn in der Jade, im Jade-Wild gesucht, wurde dann vor der Horde geschnappt, und, 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 und hier ist er nun. Hallo. Achtet auf Xuen's Kleine. Was ihnen an Größe mangelt, machen sie mit ihrer rohen Stärke wieder weg. Was braucht ihr? Alle paar Tage veranstaltet Xuen ein Turnier der Stärke. Nur die stärksten und mutigen Herausforderungen aus ganz Pandaria wagen es teilzunehmen. Würde der Weiße Tiger über euch wachen. Kätzchen vom Xuen, das nennt ihr Kämpfen. Das kleine Kätzchen. Tern, Alter. Ach ja, Pandaria. Schade, dass wir nicht alle Orgust-Zelestials sehen, weil, ähm, ähm, also, Orgust-Zelestials sind die, ähm, im Englischen Nachhabenden, im Englischen heißen die so, weil wir die Tonglong-Steppe nicht machen. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, Tonglong-Steppe ist nicht so geil, aber, ähm, wäre cool, wenn wir alle Tempel sehen würden, weil der, ähm, Tempel von Xuen ist ja hier noch relativ in großer Pracht zu sehen. Der Tempel-Jahre-Schlange ist ja noch komplett gut besucht. Nur der Tempel von, ähm, Chiji, dem Roten Kran, ich wurde ja vom Shah angegriffen. Und tatsächlich auch der Tempel von, ähm, dem schwarzen Ochsen. Nyusau. Wo er komplett überrannt von den Mantis. Dort hinten ist Morgenblüte. Das Dorf, das in der Mitte des Jadewaldes liegt, wo wir viel gegrästet haben. Juh, Juppok. Das heißt ja doch, oder? Yes, Juppok. Fok, Juppok. Das ist ein Fok. Dort hinten ist das alliierte Pandaren-Dorf der Horde. Dort hinten ist, glaube ich, das Tierheim-Kloster. Wo wir auch gefesselt hatten. Den Rest erkenne ich nicht so ganz. Der Berg, der sieht ein bisschen abgeschnitten aus. Äh, ein paar brennende Pandaren-Dörfer. Dort hinten ist Binan. Und, äh, der Dingsweiler, wie heißt der? Läufischweiler oder so? Herdfischweiler? Herdweiler? Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Aber wir, als mächtige Hexenmeisterin, die damals in den Wald von Elfen gestartet ist, die dann die Defias-Bruderschaft in Westphal besiegt hat, und die große Errungenschaften, die Mariko bisher geschafft hat, Jupp, Juppok, in Elf von Klieb besiegt. Das, ähm, ja. war damals noch so. Gehen wir jetzt auf jeden Fall zum Tempel des Weißen Tigers und stellen uns vor. Komm, mal eine alte Horde. Garrosh Hörschre ist schuld, dass wir diesen Kontinent mit Blut überziehen. Niemand anderes. Übrigens, die Kamera ist wieder falsch. Hm. Doch, enabled, warte mal. Auch nö. Gut, wir werden uns gleich wiedersehen, damit die Kamera wieder mal fokussiert ist. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Ähm, die Kamera hat sich jetzt wieder adjustiert. Und nun beginnen wir damit den Weißen Tiger. Das halbe Tal ist verwüstet. Diese Fremdlinge haben mehr zerstört als die Bogo und Mantis zusammen. Gebt uns eine Chance, es wieder in Ordnung zu bringen. Großer Tiger, den Fremden von jenseits des Nebels kann man nicht trauen. Die Absturzstelle im Jadewald ist Beweis genug. Ist dieser Ort nicht majestätisch? Hexenmeisterin, ich bin froh, dass ihr hier seid. In den Überlieferungen der Pandaren gibt es einen legendären Ort, das Tal der ewigen Blüten. Wenn man den Geschichten der einheimischen Glauben schenken mag, handelt es sich irgendein Ort groß in der heilerischen Kräften. Aber der Krieg zu einem der Horde hat dem Tal Unsagbares angetan. Wir müssen dort einfach hinein. Niemand darf das Tal ohne die Erlaubnis der himmlischen Erhabenen betreten. Xuen, der Weiße Tiger, scheint mir gehörig zu schenken zu wollen. Nach allem, was sie zugetragen hat, sträubt sich Taran Su von den Shalopan aber dagegen. Die Allianz oder der Horde auch nur in die Nähe des Tal zu lassen, an den Schüttelten Kopf. Vielleicht könnte mir ja helfen, mein Anliegen vorzutragen. Sprecht in unseren Namen mit dem Weißen Tiger, doch seid vorsichtig. Ihr könnt euch eine Reihe von Fohren unterziehen. Jo, Weißer Tiger. Ah, noch ein Fremdling von jenseits der Nebel. Bald schon werden sie diesen Kontinent überwältigen. Wo sollen wir die Grenze ziehen? Wir sind hier, um Beistand zu leisten. Lasst euch beim Aufbau des Tals helfen. Hier wurden Zeuge eurer Hilfe im Jardewald. Eure Horde und eure Allianz. Ihr habt keine Kontrolle über euch und eure Natur. Ihr hinterlasst nur Elend. Vor 10.000 Jahren ersuchte der letzte pandarische Kaiser meinen Rat. Auch er war erfüllt von Widerspruch. Sehen wir, ob ihr Recht habt daran. Wie wird wohl dieser Fremdling mit dem Aufruhr in der Seele umgehen? Gewalt. Seht ihr? Sie sind erfüllt davon. Ja, wir sind Kämpfer. Aber wir kommen aus einem kriegerischen Land. Wir haben gegen Dämonen gekämpft, gegen den Tod, gar gegen das Ende der Welt selbst. Es stimmt. Sie sind stark. Es gibt viel, das sie uns lehren können. Grundsätzlich finde ich das so schön. Ich liebe es so, gegen den eigenen Geist zu kämpfen, gegen die eigene Manifestation der schlechten Gefühle und dergleichen. Und ich finde es so schade, dass es ein Battle war zu ordnen, wo es ja auch wieder darum geht, dass die Horde entzwangt ist. Wir sind uns einig, dass der Schutz der Familie und des Zuhauses eine gerechte Sache ist. Aber was ist mit Rache? Was ist mit Wut? Dieser Fremdling ist von diesen Emotionen erfüllt. Die Wut ist ein Teil von uns allen. Stimmt. Doch wir schätzen Kontrolle. Die Orks wurden einst nur von Wut getrieben, in ständigem Blutrausch. Aber sie haben es überwunden. Es geht euch nur um die Eroberung eures Gegners. Ohne Wut zu leben bedeutet überhaupt nicht zu leben. Wir müssen sie überwinden. Der Sieg über unsere Wut verleiht uns Stärke. Genau, und wie schon gesagt, ich finde es super, super schade, dass das alles in Battle for Azeroth gar nicht thematisiert wird. Und zwar ist diese wirklich diese Konflikt intern der Horde schon gegeben, aber wird nicht gut aufgebaut. Weise Wortes. Die Fremden von jenseits der Nebel sind voller Leidenschaft und es wird sich herausstellen, ob sie sie kontrollieren können. Der Wut folgt der Hass. Quell allen Elends. Was sehe ich da? Euer Hass hat ein Gesicht. Garosch, Hörschrei. Das sieht aus wie Garosch, Hörschrei. Seht, wie sie sich hassen. Sie tragen ihren Hass in den Kampf und bis in ihre Gräber. Nein, nein, das ist nicht wahr. Das ist bei Weitem nicht alles, was uns auszeichnet. Wie interessant. Sie bringen unserem Land viel Gutes, aber auch den Schatten des Krieges. Der Frieden wird kommen. Ich schwöre es und alter Hass wird verschwinden. Ihr müsst mir glauben. Deswegen, weil das könnte das Panachia... beherrscht seine Wut tatsächlich. In Anbetracht der Worte des jungen Pandaren und der Taten dieses Helden beginne ich zu verstehen. Die, die von jenseits der Nebel kommen, sind vom Kampf gestellt. Sie tragen zwar Narben, aber haben auch viel gelernt. Ich vertraue ihnen. Ihr begeht einen furchtbaren Fehler. Es ist beschlossen. Das Tal der ewigen Blüten soll offen bleiben. Die Neuankömmlinge haben schwere Verbrechen begangen. Aber ich sehe in ihnen die Fähigkeit zur Wiedergutmachung. Vielen Dank, Meister Weißer Tiger. Ihr werdet sehen. Ich glaube, dass die Allianz und die Horde im Kern gut sind. Ich werde mich mit den anderen beraten. Trefft mich an den Turm. Euer Vertrauen inspiriert mich. Aber ihr habt unseren Kriegshäuptling noch nicht kennengelernt, oder? Ja. Wie schon gesagt, das vermisse ich alles so ein bisschen in Battle for Azeroth, weil es ja eigentlich genau um dasselbe geht. Horde gegen Allianz. Die Horde ist ein bisschen zerrissen, während die Allianz immer noch stark steht und irgendwie stagniert in ihren, naja, Grundfesten der Unerschütterlichkeit und immer wieder dieselben Probleme hat. Dunkle Eisenzwerge, die korrumpierend sind, die sich wieder irgendwie krank nach was anschließen. Oh, das hatten wir noch 20 Mal schon. Dann die Nachtelfen, die wie immer so ein bisschen rassistisch sind und dann ihre Ländereien schützen wollen, egal ob andere Leute dabei sind oder nicht. Hatten wir auch schon mal dann kriegt es also jemand, der den Kriegshopping verraten möchte und dann von diesen umgebracht werden wird. Haben wir auch schon mal. Also ich weiß nicht, Blizzard hätte eine bessere Geschichte erzählen können als die, die sie erzählen. Die, vor allen Dingen, weil sie es schon erzählt haben. Wir sind weit von unserer Heimat. Ihr habt es geschafft, Mike. Der weiße Tiger hat uns erlaubt, die Pandaren in der Stahl der ewigen Blüten zu begleiten. Ein Außenpasten der Allianz wurde dort bereits errichtet. Nun kann der langwierige Wiederaufbau beginnen. Die himmlischen Erhabenen gewähren uns an euch Zugang zum Tal. Das wird ein unvergesslicher Anblick. Ich sollte keine Zeit verlieren. Geh zum Tower der himmlischen Erhabenen im Süden des Kunlai-Gipfels und spreche doch mit mir. Grundsätzlich ist es so, dass es so war, dass man das Tal zum allerersten Mal öffnete, als man dort ankommt. Nun ist es jedoch so, dass man Darya in der Vergangenheit spielt und im Jarosch-Hilschrei mit dem Herz von Yishari das Tal der ewigen Blüten komplett vernichtet hat. und dadurch kommt es dazu, dass das Portal, also das Portal, das Tal nun komplett vernichtet ist und deswegen mussten sie die Questreihe quasi umschreiben, indem sie bereits gesagt haben, dass es komplett zerstört ist, das Tal der ewigen Blüten, obwohl es jetzt in der Geschichte, wo wir jetzt eigentlich sind, noch nicht zerstört wäre. Jedoch ist die Landschaft schon zerstört, deswegen haben sie es gleich übernommen in die Questreihe. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine damit. Ich habe mit dem weißen Tiger abgeschlossen. Und schnell. Tintenkiemen war er. Das meine ich. Ich würde sagen, wir gehen es aber erst mal zur Lehre in Zukunft schoben, bevor wir das Tal der ewigen Blüten öffnen. Das heilige Tal der Pandaren. Dort, wo die himmlischen Erhabenen entstanden sind. Durch das Wasser des Brunnens der Ewigkeit. Spoiler! Jetzt nehmen wir jetzt diesen Trampelfahrt, der kein Trampelfahrt ist. Und wurde vom Umbratsstolch angerufen und von dem Stattenschwein. Der Grummelbasser. Lauf ich überhaupt richtig? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, ich laufe richtig. Es gibt die Pürscher hier. Ich glaube, wir müssen einfach nur den Rauschstäbchen folgen. Streitlager Rookie. Die Towncar sagen, Towncar, die Younggold sagen, dass sie aus ihrem Land vertrieben wurden. Und die Mantis greifen unkontrolliert die Mauer. Möglicherweise hängt das zusammen. Ein kleines Banarendorf. Am Fuße des Nimmerleier. Heute ist kein guter Tag für ihr Grummel. Die Hosen haben angefangen zu plündern. Greifen unsere Versorgungsmedien zum Schlangenrücken an. Könnt ihr helfen? Wir sind keine Kämpfer. Wir können den Grummel. Das Glück lacht denen, die Grummel helfen. Geht mit einer Gruppe Grummel zur Zwischenstation des Judepars. Beschützt sie. Sorgt dafür, dass wenigstens ein Grummel überlebt. Grummel geben Belohnung. Gruppel geben immer Belohnung. Alles gut auf euren Reisen. Was für ein Glücksbringer habt ihr? Lebt wohl. Grüße. Hallo. Schön euch wiederzusehen. Die schwerwiegendsten Wege lehren oft das... Die schwierigsten Wege lehren uns oft das meiste, Hexenmeisterin. Ich werde zweifelslos sehr viel davon lehren, dem Pfarr von Chauhau zu folgen. Vor vielen Jahren bestieg Chauhau den höchsten Gipfel des Kunlai-Gebirges, um Rat bei der Janschlange einzuholen. Auch ich werde auf der Suche nach Weisheit zum Gratis unwissenden Reisen. Vielleicht seid ihr auch einer solchen Reise interessiert? Falls ihm so ist, sprecht mit Onkel Kleeblad. Er war euch helfen, eure Vorbereitungen zu treffen. Lebt wohl. Ich habe nur paar Glücksfall hier. Ich hoffe, unsere Wege kreuten sich wieder, Mariko. Mögen eure Reisen bis dahin sicher und bedeutsam sein. Gut, ich muss mit dem Bauern das sprechen. Ne, mit Onkel. Ich bin froh, dass ich kein Bauer mehr bin. Onkel. 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 Keine Briefe. Kommt aus der Kälte und macht es euch gemütlich. Bruder Würfelpech und Jilu der Glückspilz und die spielen gegeneinander. Nicht so eilig. Bruder Würfelpech nimmt mein ganzes sauer verdientes Geld und meine Waren. Ich hätte es besser wissen müssen, als seinen Grubbel zu vertrauen. Traut niemand, der nur eine halb so groß ist wie ihr. Auf Wiedersehen. Würfelpech heißt der? Das ist schon mit Absicht den Namen. Und hier so ein trinkender Mönch. Nun ja. Ich würde sagen, wir sehen uns aber in einem nächsten Part. Bis denn.